Wenn ich das alleine machen würde, würde man das mit den Zehnen festhalten, durchziehen. Schön auseinander. Und jetzt kannst du runterziehen. Und jetzt einfach ein schönes Tier runtergehen. Einfach schön nachfahren. Ein bisschen ist natürlich nicht so. So. Können wir diese einfach? Ja. Dann kannst du runterziehen. So. Dann kannst du die Beherer oder die Bewerse runterziehen. So. 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 So.